lo traut kappel stufe 17 welches level wird das wohl sein ich mache mich schon mal vor sich wir werden direkt da rein teleportiert sind wir schon zum nächsten mal hier ja stimmt mal gucken ja es geht level 71 kein problem aber viel besser ich nehme an wir müssen diese level 17 18 so lange machen es war irgendwie die welt stupe wieder erhöhen können ich glaube stärker kann man gar nicht herstellen ja 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 schon viel angenehmer bewegen sich nicht doch so hart unterlevelt beim letzten 10 level unterlevel sind wir sieben level ich muss warten wir sind aber besser das passen ja wenn ich mir zum beispiel nicht sicher aber hat schon haben oder nicht Ah Oh, ja, da will ich weinen, da will ich weinen Hier hat er nicht gerade jemand geschrieben Wir hören die jedes Mal schreien, aber wir schaffen, wie sie zu sehen Oh, ja 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 ach oh gott diese blöde grütze warum trifft ihr mich von ihr aus noch geschaffst hat ich glaube ich kann eigentlich näher an was der weg du schaffst hat ja ich kann da nicht die halten so viel ausgelöst hat schon wieder schon leuchte mann das ist unser erster was hier der schanz wiederstand gegeben mir okay der macht ganz schön den schaden, der blummelde oh die ging ja eh der macht mir übrigens schön schaden, der sagt zwei stöcke lieben wir so locker radiger sein so drei tränke läuft ich tue mir das einstecken jetzt habe ich noch gerade angefasst deswegen einzelner gegner ich muss warten aber ich bin noch nicht vielleicht macht mir schon oh gott ich will ja mitten in der masse drinnen gerade ich bin auch nicht ja gut kommen wir kommen ein wo ich dich erreichen kann eine stadt albturm siegel ich tue mal ein ding einpacken irgendwie hat mich da gehalten hat eingepackt hat dominieren blüfe stehe ich nein wir kommen aus der truhe raus ich bin auch nicht Oh ja, du stück! Ich kann mich aber nicht erinnern. Ich muss warten. Oh, glühvermacht! Ich hör nicht mehr vor, ey! Du hast mir gedacht, dass ich das nicht erinnere. Nimm das! Nimm das! Blutgetränkter Pelz-Erbkrom-Siegel. Das kommt mir nicht bekannt vor! ja auch nicht flüstern ist gewölbe eine welt notiert ja ich habe auch gerade irgendwie eine gefunden gewölbe der verlassenen jetzt so einfach ist hat hier jetzt auch nicht gerade ich bin noch nicht weil sie nicht der weg schwer bosse sind eigentlich schwer also der endboss ja die elitigen also manchmal schwieriger nein ich bin auch nicht für sie ich bin immer alles zusammen ich klappe dich ich muss ich habe jetzt schön geöffnet da kommen noch mehr ja ich bin auch ich bin auch gelaufen und auch ein paar leute ich wollte nicht so viel zeug gerade vor dem fetten wir sind meine api einfach weg geschmolzen wieder so eine unsterbliche leise geht weg von mir auch gott verdammt noch mal der stirbt einfach nicht da ist jeder voll zu gehören kann ja gerade habe ich habe dabei wird ja ich rass aus ich muss ja ein von ihnen habe ich körperlich der verstorbenen hier habe ich jetzt schon so oft gehört diese scheiß er wollte gerade auf mich zu stürmen ja ein heiliges schwert geil heiliges linge jetzt wird es wieder schwer dann sind alleine gemacht habe da sind sie gar nicht aufgetaucht und sterben wollen ja ja wir wollen jemand verteidigt die vertraue irgendjemand verzaubert die glaube ich lieber so muss ja leidig nämlich an flot hatte kabelle halt um siegel war er gerade explodiert ja ja zweite dinge noch mal reinpacken das müssen wir doch nur noch finden da sehe ich schon wieder was auf der karte nein der sprudel ich bin auch nicht ich bin da war ein dorfbewohner ja und der tür wird aber ich kann nicht mit den kämpfen die tun alle diese blöden kürzen ja jetzt weil sie wie ich fühle dann ich kann nicht gegen diese schrift was er kann auch eine tür geöffnet was Das ist doch da? Sooo, sooo Replay damit, das ist ein Spiel. Ah, die zwei haben ja mal nicht ausgemacht. Ich bin auch nicht bereit. Ich muss schon wieder so einer. Doppelt und dreifach machen, das wird eigentlich nicht, weil die... Ja, weil wir immer so so effekte haben, ne? Also Bonus-Dinger. Ja. Von der Herausforderung. Oh, ein Zauberstab. Weil ich lege in der Heide hier. Hallo. Boah. 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 Wo gehe ich denn als nächstes Jahr hin? Ja, genau. Ich habe sogar zwei Punkte. wenn die ganzen seltenen knoten die aktivieren weniger schaden durch gegner in der nähe ich glaube ich habe alle seiten der knoten nähe die ich haben will und wie ich dann hin weiß ich auch nicht und ich ganz ehrlich nur die frage ich habe diese seiten länger noch hier wie die alle werte um 45 wiederstand gegen kälte ein paar gegner hier ich habe ja so einer so ein normaler ich bin wieder unsterblich gefütter ich bin noch mal zu sagen aber ein fettes stück die noch mal zusammen auch ich muss drei von den ich komme nicht näher an aber der schmerz ich muss ja ja weg neuer stück die tränke aufgehangen jetzt müssen wir zum glück da oben hin und ganz perfekt einmal trinkt wieder da weil es wie geplant abgelaufen ich mag diese aktoren dann ich liebe es wenn der daheim mal gefordert ist der ist ein pro gamer der komplett ok das kommt noch der boss den geist gespawnt mein kollege wir müssen hier das fleisch kaputt machen dann explodiert nämlich ausgewichtigt ich bin ich bin auch nicht bereit kollege wo kommt dieser schaden ich gebe ihm ich gebe ihm volles wund aufs maul ja zwei jahren schwert legendär heilig ein paar sachen bekommen nehmen pro sekunde bis maximal 100 heilung mit heilung wenn er ein gegner trifft mit der kondor überlegen es besteht eine chance das ist immer noch besser als mehr bewegungsgeschwindigkeit die laterne geht voll ab da oben martin hier ok ok ich hab mal die der verlassenen skos kläden da check ich mal gewerbe der verlassenen senke des ehrens hügel der reue gewerbe das verlassenen haben wir auch schon sind immer die gleichen überkriegen also ein bisschen doof jetzt hier zerstört bäuwerk hat man auch schon oder nicht hier gehören dieser kopf zerstört bäuwerk ins koschen ja war mal auch schon also ich habe nur sachen die doppelt sind kann ich dir da auch nicht weiterhelfen ich habe da auch nicht wir können jetzt wagen wir müssen noch neues zeug bekommen ich habe ja da wird 20 dauerst dauerst cash ist da hat kommt mir ist nicht bekannt vor aber das auch relativ low level gewesen gerade aber wir 16 also gab statt der verleugneten näher kann man noch nicht welches level ist das 16 war doch schwächer als wir gerade hatten gibt schaden sturmflug zur monsterschaden über zeit unaufhaltsame monster dafür gibt es den totenbeschwörer dingen dingen da guckst du gerade naja ich bin gerade ohne schwette sein und so ist halt nur legen wir aber solchen damit weg mit dem schrott so was ist das was auch mein ding sie sollte über dir schwebt nichts über meinen kopf wo hat mich schwebt über den kopf ja ich sehe das ding aber ich habe das nicht wo er hat wieso wieso erneutig weil du der anführer bist du guckst du kannst danach gucken was hat ist ja irgendwann ist dann nämlich mal ja du musst dich zu dem schutz darum begeben um der folgen zu entgehen was bedeutet das ich weiß dass ich mach was dinge hier sind 74 das ist der schutz darum wenn ich machen überhaupt nicht nervig als früger ding gut ich bin noch nicht ja ich muss man kann sich nur um stunden und danke werden aber nicht so sehr wehtun wenn man davon getroffen wäre ich meine ich muss man sich selber eingestellt ich komme nicht durch keine ahnung da war aber nicht der blitz dabei einer von den dingern da ja liegen verzeiht ich habe mich mal wieder blieb ich gucke mal richtig retten kann weil sie nicht da sind drei litte gegner berichter sehen kann weil sie dann wieder voll greifen dafür aus allen einzeln vor ich tue mich auch wieder zu leben dann ja dann kann ich muss warten das kält ein sofort er tut man schauen aber geben eine sekunde reingelegt ich muss ja auch richtig ich muss ja auch aus diesen blitzen ich bin auch nicht okay das könnte ja irgendwie gar nicht ich bin schon wieder tot was tut mich denn da die ganze zeit hat man ja ich bin noch nicht war was ich ein paar wir gehen langsam die tränke aus aus einer von euch tot jawohl man sieht nur diese blitze schon da ich habe ein krank mehr ja das war wahrscheinlich für mich und tränke 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 so hat felder vom siegel manchmal vermag 21 ich weiß nicht mal was mich da die ganze zeit ist ja nicht mal der flitte blitz gegen gewesen dass ich gekriegt hat genau starten jetzt wissen wir das ding ja flotobel ist ich tötet ich komme die koffe hier ist es sicher ich bin noch nicht da könnte schwer werden ja ich habe mir das hier weil niemand kann er aktiviert haben er magst die kuppel des todes betreten ich nehme an dieser schild tut sich immer darauf wo wo die person ist wie das dinge waren kopfball solange wir uns nicht irgendwie schubsen können oder so ist ja noch als okay ok also nicht aber das war die gleiche situation im ersten mal als wenn so und über das ding reingegangen sind kaputt hauen Ich bin noch nicht der Schiff, 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 Schiff. Das ist ein Gegner. Oh! Ich bin kaputt. Ich muss warten. Ja, ich bist du dran. Nein! Oh nein, ich habe keine Tränke. Sehe ich gerade. Ja, das war's gut. Nein, keine! Ich bin wirklich wieder. Ja, okay. Er hat mich mit irgendeinem Angriff getötet. Da war wieder irgendeine... Der Trüche ist der jetzt wieder voll geil, ey. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. aber aber ja und es geht das ist ja einfach gechillt sofort gekillt das gibt es nicht mal verwiesen euch ich weiß nicht ob wir das schaffen ja doch warum denn nicht ja noch acht überlebungen war vielleicht schwer beschäftigt warum nicht so wie schaden eine sekunde ich habe ich niemals kommen sehen ganz schön ich doch niemand sieht es ja ich bin schon wieder tot diese weiten kreise am boden ich habe mich mal irgendwas gesehen da war nur punkten dann lasst mich einfach ich habe keine tränke mehr gott hat mir über mich gerichtet dass das ende vom weg ist ja ich kann nichts gegen die alter das schaffen wir nicht da nachwart wird auch nur noch zwei wir werden aber immer schwächer wenn wir uns wiederbelebt wir müssen wir auch immer mehr schaden wir müssen noch ein bisschen mehr taktik und strategie einsetzen für taktik und stört die wir sind so wo ich sie sterben mal sofort ich weiß nicht mal durch die ich weiß durch die kreise diese weißen kreisamt ich weiß nicht mal für weiß die kreise du von redest ich sehe gegner ich lauf zu und ich bin tot diese weißen kreise und da wir mal ich habe noch nie hier ein weißes kreis gesehen nur ich muss mal ein paar gegner herlegen wird einfacher da ja ja da ja ja aber da haben wir eine blürober wahrscheinlich etwas natürlich ist das genau hier müssen der blut um jetzt auch geliefert ich glaube jetzt ist auch die liebte nein wir weg von dach nicht in der nähe von diesen blöden witzen ich muss warten bei den geben wir auf den geben wir zwar es war dieser verkackten witziger würde wieso alles schild jetzt gehen wir da unten hin wobei die ganze zeit gestocht sind und geben denen aufs maul und das war ein paar kleine kaputt ja diese weiße kreise meine ich habe keine kreise gesehen dem an explodieren ja erst um die weißen kreiseln dann kommen wir zu ich bin noch nicht das erste mal an den gestorben bist ich habe nirgendwo stehen damit kommen wir mit ihrem bürden ich muss warten ich bin gut ich auch gleich ja ich auch ja da oben sind die gegner ja nie wir sind immer erst da unten ganz toll das ist ein fachfest das schaffen wir nicht wir sind ja nicht mal hälfte durch mit dem ding noch haben wir sechs überlebungen wieder bin ich weiß nicht wo deine selbstvertrauen ich bin immer weniger gegner ich gehe dann auf die los auch 3 also mal auf dem obelisten kaputt haben kann ich lenke die ja gerade ab und ist ja nicht vom blitz getroffen ich mache jetzt den obelisten platten egal ich habe mich jetzt auch erwischt aber ich bin nicht gestorben dann wird der beschadig ich sterb sofort das foto das war so ein bisschen frustrieren also anders machen weil ich gesagt ja geschaffen hat aber auch nicht mehr ich habe einen plan frustrieren der obelisten auf der karte ist ja ich wollte ja dahin und dann bin ich sofort gestorben als der blitz mich ja stimmt das ist ein haken verdammt das blöde ding überm kopf ok nur so aussehen muss eigentlich nur hat ding erledigen ja der kinder aber nicht weil die tonnen von gegnern sind eh hm 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 ja da ist ich jetzt ich gehe jetzt da rein ich denke die mal kurze ab ja wenn man sich immer denkt also welche leute wie geht so steht ich bin tot ja ich bin gelaufen dann kann da so ein eiskugel aus dem nächsten hat mich gekriegt ich kann gar nicht so schnell reagieren ja ne 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 irgendwie nicht wie wer das jetzt noch schaffen ja warum halt anderes ne ich gucke hat wo ich beim paragon rein gute frage ich glaube ich würde da ein oder ich nehme an mit der level 21 dungeon die ich gerade gefunden habe dann auch nichts aber vor der welt stufe 4 sehe ich gerade